Jede Menge bekannte Gesichter freuen sich für Barbara Mayer, 35, und Clemens Hallmann. Die einstige GNTM-Gewinnerin hat tolle Neuigkeiten verkündet, sie ist erneut schwanger. Vor fast zwei Jahren wurden sie und ihr Mann bereits erstmals Eltern. Den Alltag mit ihrer Tochter Marie-Therese scheint die Beauty total zu genießen. Dass ihre kleine Familie nun auch noch wächst, macht sie richtig happy, wie sie im Netz betonte. Und auch ganz viele andere Promis freuen sich über Barbaras Babyglück. Unter dem Instagram-Beitrag, mit dem sie die News offenbarte, finden sich zahlreiche Glückwünsche. Unter anderem gratulierten dem Paar-Promi-Expertin Frauke Ludowig, 58, Influencer Riccardo Simonetti, 29, und auch Sylvie Mais, 44. Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben! Das sind ja großartige News, kommentierte die Love Island-Moderatorin. Doch damit nicht genug. So gab es auch liebe Worte aus dem Germany's Next Topmodel-Kosmos. Jana Heinisch, 28, schrieb beispielsweise, Wie geil ist dieses Bild bitte, herzlichen Glückwunsch, und schwärmte zugleich von dem witzigen Verkündungsposting. Auch Rebecca, mir 30, meldete sich und beglückwünschte Barbara und Clemens. Wie geil ist dieses Bild bitte, herzlichen Glückwunsch.